Heyo, Cody ist am Start und jetzt geht's ab. Wir zeigen heute mal einfach eine kleine Runde Call of Duty Black Ops 2. Und währenddessen werde ich euch ein bisschen was erzählen, wie ich das sonst auch so mache. So, hier gehe ich mal schnell raus, damit das Ganze hier ein bisschen schneller geht. 42 Sekunden. Okay. Naja, dann gehen wir nochmal schnell raus und ja, los geht's. Ach komm schon, was ist das denn? Auch nicht schneller, aber okay. Und zwar möchte ich euch ein bisschen was erzählen über den Livestream. Und zwar möchte ich mit euch einen kleinen Livestream starten. Deswegen wird das ganze Video auch auf Society Technik veröffentlicht. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Gut. Nächstes Wochenende werde ich das dann starten. Und ihr könnt mit live dabei sein. Ihr könnt mit mir zusammen zocken. Und zwar, wie gesagt, Call of Duty Black Ops 2. Wir können ein bisschen labern oder so, was ihr halt gerne wollt. Und ja, ich denke mal, so ein bis zwei Stunden wird das Ganze gehen. Ich will einfach mal so austesten, wie das mit dem Livestream so klappt. Und ja, da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Ein paar Fragen stellt oder so. Das wäre richtig nice. Ah, was ist denn mit dem Sniper hier? Was? Wie ist das denn möglich? Egal. Und jo. Das Ganze werde ich auf Twitch machen. Kennt vielleicht der eine oder andere. Twitch ist da mit einer der bekanntesten Livestream-Dienste. Und ja. Mal gucken, wo die Gegner sind. Oh, das war knapp. Aber gekonnt, gemeistert. Mit seiner overpowered Waffe will er hier mich wieder wegreißen. Schafft er natürlich nicht. Aber egal. Was wollte ich denn noch so sagen? Ja, die Qualität wird wahrscheinlich nicht ganz so gut sein, da ich keine gute Internetleitung habe. Deswegen denke ich mal, werde ich erst mal mit einer Leitung, oder, nee, nicht mit einer Leitung, sondern mit einer Auflösung von... Shit, von 360p anfangen. Ich denke mal, das sollte flüssig laufen. Ich habe mal bei dem Inscope 21 gesehen, dass der seinen Livestream auch nur in einer Auflösung von 320, 360p macht. Also auch nicht gerade die Welt. Aber es sah auch nicht so schlecht aus. Er hat was bei drei Stunden gestreamt. Das fand ich eigentlich recht gut. Und deswegen werde ich das Ganze auch mal probieren. Vielleicht schaut ihr mir sogar dann auch mal zu. Wäre zumindest nett. Ja. Okay. Ach, shit. Die Sniper nerven mir aber ganz schön gewaltig. Die gehen mir auf den Kranz. Ach, kacke. Und mein Aim mal wieder. Vom feinsten. Seht ihr hier? Alter Schwede, da bin ich schlecht. Aber das macht ja keinen Unterschied. Man soll ja Spaß haben. Und ja. Den Spaß habe ich hier die ganze Zeit. Na, wo sind sie denn? Haben sich alle verkrochen. Ach, da ist ein Sniper. Ja, schön. Da auch. Ach, kacke. Da klauen sie mir wieder die Kills. Och, Mensch. Den kriege ich natürlich wieder nicht. Wette ich mit euch. Seht ihr? Ach, doch. Wow. Aber gerade so. Mit meiner Waffe oder was? Nee. Er hat seine eigene. Aber. Die Vector ist gar nicht mal so schlecht. Ach, klar. Immer auf meine Opfer hier. Ach, schon wieder, ey. Was ist denn hier nur los? Was ist da los? Was ist da los? Och, das gibt's doch nicht. Naja, immerhin einen. Boah. Ach, kacke. Haut er wieder ab? Was ist denn das? Meine Güte. So kann das nicht weitergehen. Ah, nein. Ja, doch. Sehr schön. Oh. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber damit habe ich gerechnet, dass ich den mal wieder nicht kriege. Aber damit habe ich auch gerechnet, dass ich ihn jetzt kriege. Oh, ich nehme mir jetzt meinen Friedensstifter. Ist eine coole Waffe. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal gestehen. Aber natürlich bezahlen, bezahlen, bezahlen. Und das sehe ich derzeit nicht ein. Dass ich für so einen kleinen Gaggelfax hier 50 Euro hinblätter. Ach, Mensch. Ich denke mal, wenn das nächste Pack gut wird, dann kann man sich überlegen, den Season Pass zu holen. Aber derzeit sehe ich da drin noch gar keine Vorteile. Auch in den Karten sehe ich keine Vorteile, weil die, naja, nicht wirklich spektakulär sind. Und es sind halt vier Karten. Eine mit Schnee. Ja, eine, wo ein bisschen Wasser rumfließt. Auch nicht gerade so viel. Also auch wieder nichts Spektakuläres. Ach, Mist. Ich habe gedacht, der hat sich hingelegt. Aber natürlich nicht. Und ich fail natürlich wieder hier. Ach. Ach, Mensch, Leute. Was ist denn das? Jetzt kacke ich hier noch ab. Während der Aufnahme. Mit seiner Overpowered. Hier wieder. Oh, kacke, kacke, kacke. Das war so typisch von mir. Immer wenn sie messern, dann sterbe ich. Dann ziehe ich einen Kürzeren. Das ist leider immer so. Selbst hier, guckt euch das Aim an. Wow. Hab ich ein Glück, oder? Hab ich ein Glück. Das totalste Glück auf der Welt hab ich. Alter Schwede, ey. Vor allem jede Hunter Killer Drohne erwischt mich. Jede. Man kann nicht sagen, dass es nur eine ist. Das sind Hunderte, wenn nicht gar Tausende. Die mich da immer erwischen. Und das ist einfach nur kriminell. Ja. Das geht gar nicht. Ja, wo sind sie denn? Jetzt sind sie wieder alle abgehauen. Toll. Tolle Wurst. Boah, hätte ich den jetzt nicht gekriegt, ey. Dann wär ich aber ausgerastet. Oh, 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 nein. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Der legt sich hin. Fuck. Ja, den hab ich. Oh, das war aber scheiße knapp, ey, Leute. Boah. Hab ich ein Glück jetzt. Oh, nein, 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 nein. Hau ja ab. Hau ja ab. Ja. Hedgehot. Bitch. Sniper. Komm her, Sniper. Snipey, Pipey. Fuck. Ne Semtex. Ai, ai, ai. Nein, nein, nein. Messer mich nicht. Messer mich nicht. Messer mich nicht. Nein. Wieso nur? Wieso nur? Kacke. Ach ja. Ähm. Ich werde euch den Link dann in die Beschreibung packen. Und... Oh, nein, 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 nein. Boah, der läuft hier aber auch blind durch die Gegend. Nein. Nein, nein, nein. Sterb. Sterb, 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 sterb. Oh, da klauen sie mir wieder die Kills, ey. Kacke, kacke. Nein, nein, nein. Hab ich. Sehr schön. Okay, äh, den Link werde ich euch in die... Was soll denn das? Der läuft hier chillig durch die Gegend. Zack. Ich bin schon längst in seinem Rücken. Oder hinter seinem Rücken. Und der kriegt mich natürlich. Mh, klar. Egal. Ähm, den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und... Ich kann euch ja gleich mal den Namen sagen. Und zwar... Und zwar... Twitch... Oh, hab ich einen Aim. Ähm, Twitch.de... E... Nein. Twitch.tv, genau. Twitch.tv war's. Und zwar... Twitch.tv Slash... Let's Play Channel A. Eigentlich ganz einfach zu merken. So wie der YouTube-Kanal... Let's Play Channel A. So heißt auch der Twitch-Kanal. Ganz einfach. Ja. Klar. Die saugen ja schon wieder hier. Zack. Aber die Sniper, ey. Die gehen ja mal gar nicht hier. Oh mein Gott. 29, 29, 29. Sehr schön haben sie das gemacht. Egal. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und natürlich, dass wir uns wiedersehen. Das wäre cool, wenn sie jetzt explodiert wäre. Aber egal. Wir sehen uns bis dahin. Ciao. Wir sehen uns auf Twitch.tv. Yeah.